Der Hartz-IV-Satz für einen alleinstehenden Erwachsenen liegt derzeit bei 424 Euro plus Miete. Das ist sehr wenig Geld, glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung. Dabei habe ich nicht etwa diese Mode mitgemacht, bei der sich Journalisten einen Monat lang im Selbstversuch darum bemühten, mit diesem Geld hinzukommen. Ein Monat, den ihre teure Jacke problemlos durchhält und die Waschmaschine auch. Mein Selbstversuch ist ein paar Jahre her, dauerte etwas länger und war nicht ganz freiwillig. 424 Euro beträgt das von der Bundesregierung errechnete Existenzminimum in Deutschland. Davon soll man dann gesund essen und seine kulturellen Bedürfnisse erfüllen. Und von diesem Existenzminimum, Minimum heißt übersetzt das Kleinste, ist also ein Superlativ und kann nicht gesteigert werden, darf mir mein Sachbearbeiter, meine Sachbearbeiterin im Jobcenter auch nach dem Urteil immer noch 30% abziehen, dann, wenn ich nicht alles mitmache, was vom Amt angeordnet, verfügt, entschieden wird. Bleiben also 296,80 Euro für einen ganzen Monat. In Worten 296,80 Euro. Frage, warum gilt das Existenzminimum nicht für Leute, die mal einen miesen Job ablehnen, sich einer dieser sinnlosen Weiterbildungsmaßnahmen verweigern oder einen Termin verpassen? Haben diese Menschen ihr Leben verwirkt und warum haben einfache Jobcentermitarbeiterinnen eine solche Macht? Übrigens betrifft das Urteil nur die über 25-Jährigen. Jüngere Arbeitslose können immer noch mit Sanktionen bis zu 100% bestraft werden. Das können sie jetzt selber ausrechnen, was da übrig bleibt. Ehrlich gesagt, ich würde unter diesen Umständen mit ziemlicher Sicherheit kriminell, obwohl mir das gar nicht liegt, ich kann nicht mal Ladendiebstahl. Doch ich will nicht das Bundesverfassungsgericht dissen, deren Job war es, die Klage eines arbeitslosen Mannes aus Erfurt zu bearbeiten. Für das Hartz-IV-Desaster sind immer noch unsere gewählten Volksvertreterinnen zuständig und für die habe ich einen Vorschlag. Dieses ganze unselige System mit seinem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand, mit seinen teuren Maßnahmen, die alleine der Statistik nützen, mit seinen unzähligen falsch berechneten Bescheiden, gehört echt auf diesen berühmten Müllhaufen der Geschichte. Fordern und Fördern, das kann man im Grunde auch mit Bestrafen und Ausgrenzen übersetzen, hatte und hat doch nur den Effekt, dass geizige Arbeitgeber die Löhne drücken konnten, bis das Jobcenter aufstocken muss. Die Lösung ist nicht neu, nicht originell und hat jetzt schon viele Befürworter aus den verschiedensten Lagern. Dennoch klingt sie in meinen Ohren wie eine unerreichbare Utopie. Ein vernünftiges, bedingungsloses Grundeinkommen, damit sich alle gute Jacken leisten können und gesundes Essen und Kultur.